Und da ist das genau der Moment, wo ich weiß, das ist die Stimme, die mit mir spricht. Und so ist es auch, wenn ich in eine Stadt fahre und ich fahre ohne Navi oder so und ich weiß, eigentlich sollte ich jetzt links abbiegen und ich fahre dann doch rechts. Es war hundertprozentig links. Dieses Eigentlich ist auch so ein Wort bei mir, was sich immer wieder wiederholt, wenn es um die eigene Stimme geht. Eigentlich.